Heute soll es mal um den Print-on-Demand-Anbieter Printfuel gehen. Was hat Printfuel für Produkte? Was macht die Webseite wirklich besonders? Was können sie und was bieten sie alles an? Mehr dazu in diesem Video. Ja, was ist überhaupt das Besondere an Printfuel? Printfuel ist gerade für uns hier in Deutschland wichtig geworden in den letzten Jahren, weil die eine EU-Niederlassung haben in Riga und das ist einfach schön für uns, denn hier können wir dann mit Shopify und der Printfuel-Anbindung auch unsere Kunden zum Beispiel in Deutschland beliefern und die Kunden haben in der Regel die Produkte in fünf bis sieben Werktagen und das ist eine Lieferzeit, die absolut okay ist und Printfuel gibt selbst an, dass sie insgesamt sechs Niederlassungen hat, wirklich weltweit in Spanien, in Mexiko, in Los Angeles, also zwei Stück in den USA, über 600 Mitarbeiter und die geben unten auf der Webseite noch an, dass sie 12,7 Millionen Produkte schon verkauft haben, verschickt haben und das sind natürlich Umsätze, die weit über die 100 Millionen plus wahrscheinlich sogar einfach viel, viel, viel mehr reingehen. Ja, wenn wir nun mal sagen 12,7 Millionen mal 20 Euro Umsatz so im Schnitt, dann sind wir da schon bei ein paar hundert Millionen und ihr könnt euch das selbst ja mal auf der Webseite anschauen. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt mal drauf und schauen uns Printfuel mal von innen an. So und da sind wir auf der Printfuel Webseite und Printfuel gibt selbst an, dass sie über 160 Produkte im Sortiment haben, die du bedrucken lassen kannst und verschicken und an deine Kunden verkaufen kannst. Also es ist einfach wahnsinnig, flash der Laden komplett, auch weil die Professionalität, die dahinter steckt, unglaublich ist. Also du kannst dir zum Beispiel, wir haben einen Fotografie-Service, du hast einen Video-Service, ja, dein Store-Setup-Service, das habe ich auch noch nicht genau, das ist auch neu, da kommen ständig neue Sachen hinzu. Du kannst deine Produkte, kannst du weit labeln, sprich du kannst einen Tag da rein machen und so weiter, also dass die Produkte quasi so aussehen, als kämen sie von dir. Du kannst auch den Packungen Sachen beilegen, ein Packing-Slip oder eine Postkarte. A, Vorsicht, das geht bisher nur in den USA, da habe ich mich immer schlau gemacht. Vielleicht, oder ganz sicher sogar, wird das auch hier in der EU auch noch funktionieren, aber aktuell ist das leider noch nicht verfügbar. Und lauter, lauter so Geschichten, ja, die haben ohne Ende echt coole Produkte. Wie du siehst hier, alles an Klamotten, ja, was, was, vieles davon, da musst du auch mal wieder schauen, vieles davon ist noch nicht in der EU verfügbar, aber das ist schon das meiste. Ja, also gerade neue Produkte gehen natürlich erst mal in die USA und wenn sie sich dort einfach bewährt haben, dann kommen sie auch rüber in die EU. Das geht, so gefühlt geht es, finde ich, recht schnell, was ich hier so mitbekomme, aber es ist auch schon ganz viel hier verfügbar. Taschen, Rucksäcke, Flipflops, Socken, die Phone-Cases finde ich extrem gut. Wir werden uns auch auf jeden Fall noch ein paar Produkte anschauen, die ich selbst geordert habe, um die Qualität zu testen, denn ich finde, so eine Seite kann immer viel behaupten, aber in dem Fall, Printfuel hat wirklich, da ich, hat sehr, sehr gute Qualität, kann ich jetzt direkt schon am Anfang sagen und auch von der Lieferung her, von der Verpackung her, das ist alles, alles tip top. Ja, da gibt es wirklich nichts zu meckern. So, und jetzt wollen wir mal schauen, wie die Produkte so im Einzelnen aussehen. Wie gesagt, es gibt Kappen, bestickte Kappen, also wo du dir ein Logo oder irgendwas drauf sticken lassen kannst, Beanies, Shirts in sämtlichen Ausführungen, dann hier so eine Gürteltasche, wie gesagt, die Phone-Cases, da ist jetzt was ganz Neues reingekommen und zwar, ich kann es jetzt hier leider nicht aufklicken, Phone-Cases mit, leider bisher nur für iPhone mit so Glitzerzeug drin, ja. Du hast Rucksäcke, Schmuck, werden wir uns auch noch angucken, habe ich auch schon grobe geordert, ist auch echt cool. Du hast Sticker, Taschen, wie gesagt, Flipflops, Schwimmware, ich weiß nicht, wer sowas kauft, aber wir hätten es nicht drin, wenn es nicht noch, wenn es nicht Profit bringen würde, ja. Kaffeemarks, also Kaffeebecher und eben Poster und auch Bilder und auch da gucken wir uns die Qualität dann auch gleich an. Was cool ist, du hast zu nahezu jedem Thema ein wirklich gut gemachtes YouTube-Video, also sie erklären das auch sehr, sehr gut alles. und es ist relativ einfach, auch Shopify mit Printfuel zu verbinden. Was ich, du hast hier noch viel, viel mehr Anbindung, wie du siehst und auch noch, du kannst über Printfuel und Etsy, das habe ich auch mal probeweise verknüpft, kannst du quasi auf dem Etsy-Marktplatz Produkte verkaufen, die aber von Printfuel dann verschickt werden. Auch eine geile Geschichte, geht sogar mit Amazon, Ebay und Wish. Was ich ein bisschen, also wo ich wirklich ein bisschen Kritik üben muss, ist die teilweise komische Preisgestaltung. Also es ist anfangs für jemanden, der das neu irgendwie machen will, für den ist es schwierig herauszufinden und zu sehen, was habe ich denn überhaupt für einen Profit und wie sind die Versandkosten und so weiter, ja. Hier nochmal so ein paar Daten einfach hier über die Firma. Also Wahnsinn, ich finde es wirklich, wirklich klasse und wir melden uns jetzt gleich mal in meinem Dashboard an. Wenn du dich für Printfuel anmelden möchtest, du findest natürlich unter dem Video einen Link zu Printfuel, das ist ein Affiliate-Link, sprich da bekomme ich noch eine kleine Provision dafür, wenn du dich anmeldest, macht aber ist für dich kein Nachteil, alles gut, hast alle Vorteile von Printfuel. Ich finde es einfach nur legitim, das zu sagen und genau. So, jetzt klicken wir uns mal rein und ich melde mich mal an. So, und das ist das sogenannte Dashboard, dort siehst du deine Umsätze, auch direkt, welche Produkte noch auf Fulfillment warten halt und welche schon rausgeschickt wurden. Du kannst hier in der Leiste, kannst du die Orders nachschauen, File Library kannst du gucken, okay, welches Design ist zum Beispiel wo drauf und so weiter. Kannst deine Stores eben connecten. Du hast hier natürlich Rechnungsübersicht, Payment History und so weiter und so fort. Kannst alle möglichen Sachen wie Umsatzsteueridentnummer und so weiter, GST-Nummer, das ist für Australien. Es gibt sogar eine Volume Discounts, wenn du über ein bestimmtes Level drüber bist, dann bekommst du noch 5% Off, 6% Off, 8% Off. Das ist halt auch echt eine coole Geschichte. Statistiken ist klar, dort kann man sich natürlich Statistiken anschauen, die halt hier für den Shop dann jeweils, das ist ganz, ganz cool auch. Dann kannst du, was ich noch nicht erwähnt hatte, kannst du Printfuel auch als Warehouse nutzen. Sprich, du kannst auch deine Produkte zu Printfuel schicken und die werden dort dann gelagert und von dort aus dann auch verschickt. Auch das funktioniert. Ich weiß nicht, was man alles da einlagern kann, aber schau dir das einfach mal an. Zu jedem Ding gibt es hier auch wiederum ein Video dazu und das ist schon echt ziemlich cool. Also Wahnsinn, wirklich, wirklich, wirklich geil. Der ist so der Standarderklärer von Printfuel, der macht das echt super. Also großartig, wie die ganzen Videos aufgebaut sind. Da merkt man einfach, da ist wirklich Substanz hinter. So, hier war dann natürlich das Affiliate-Dashboard, wo ich eben von erzählt hatte. Und da kann man natürlich Leute dann einladen und bekommt dann auch eine kleine Provision dazu. Ich finde es cool, dass sie das anbieten. Die müssen es nicht anbieten, aber ich finde es immer cool, wenn ich von der Firma überzeugt bin und die weiterempfehle und kann dann darüber noch Affiliate-Provisionen generieren. Ja, ist doch klasse, ist doch mega. Finde ich einfach total geil und in dem Fall kann ich Printfuel echt empfehlen. Wie gesagt, gleich schauen wir uns dann noch ein paar Produkte dann noch an. Du musst nur alle Sachen eintragen, hier halt die üblichen Settings. Und genau, jetzt kannst du sagen, okay, ich möchte hier einen neuen Order machen über meinen jeweiligen Shop dann. Kannst sagen Basic Order oder Sample Order. Du kannst Sample Order, da bekommst du 20% Rabatt drauf, kannst drei Produkte im Monat oder nun vier Produkte per Order. Also drei Orders pro Monat, sorry, und vier Produkte per Order kannst du dann machen. Also immer auch schön Probe bestellen. Ich mache das einfach immer sehr, sehr gerne, weil ich wissen möchte, okay, wie ist denn wirklich die Qualität? Wie gesagt, die können viel schreiben auf den Seiten hier, 12,7 Millionen Items haben sie verschickt. Aber wie ist denn wirklich die Qualität? So, dann kann man sich hier einmal natürlich die synchronisierten Produkte von dem Shop dann auch anschauen und direkt bestellen oder eben hier neue Produkte dann in den Warenkorb legen. So, und wir wollen aber jetzt mal schauen, das war nämlich, das ist wie gesagt ein Problem, wenn du hier auf Products and Pricing gehst und sagst dann hier, okay, ich will einfach mal schauen hier, was zum Beispiel Wall Art und so weiter kostet. Und dann kriegst du nicht so richtig das Gefühl, okay, was bleibt mir denn jetzt als Profit übrig? Und so, und wenn ich jetzt mir mal die richtigen Preise anschauen will, was bleibt denn überhaupt hängen, dann gehe ich hier auf Stores, gehe dann in meinen Shop rein und mache dann hier Add Product. So, und dann kann ich mir das hier auch genau zum Beispiel anschauen. Wir nehmen einfach mal an Canvas. Dann alles klar. Nehmen wir mal hier so ein Clipart von denen. So, jetzt kann ich hier auch die Mockups direkt auswählen. Auch ziemlich geil, auch wirklich hochwertige Mockups. Absolut super. Also das finde ich wirklich klasse hier. Die Description ist direkt schon vorgegeben. Ihr könnt hier Imperial oder Metric. Hier in Deutschland wollen natürlich hier das Metric. Wir haben das metrische System und wollen dann dementsprechend auch das hier dann in der Produktbeschreibung drin haben. Dann können wir noch ein paar Tags reingeben und jetzt siehst du hier eben was. Wirklich, das ist where the magic happens. Hier siehst du halt, okay, was habe ich dann raus letztendlich. Der Kunde kauft meinetwegen hier das kleine Bild für 39 Euro. Die Produkte, teilweise die Canvas, sind nicht billig, aber die Qualität ist wirklich gut. Die ist wirklich super und die Kunden kaufen das auch für den Preis. Das ist absolut kein Ding. Und hier müsst ihr ein bisschen rumspielen. Die zeigen dir hier schon teilweise die Retailpreise, also wie viel du es verkaufen kannst. Kannst du auch sagen, change to, was weiß ich. Auch das geht über, ich will 49 Euro Profit haben oder keine Ahnung, ich will pro Stück 14,95 an Profit zum Beispiel haben oder ich will pro Stück 19,95 an Profit haben. Und dann stellt er direkt die Preise auch so ein, dann kann ich es da noch anpassen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und da siehst du eben auch genau dann, was habe ich da noch wirklich raus. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch ein paar Produkte an als Abschluss. Und dafür switche ich einfach mal auf die Produktkamera sozusagen und filme die Produkte dann auch mal ab. Ja, und wie du hier siehst, sind die Farben wirklich knackig. Das ist sensationell von der Qualität her. Kein Wunder, Printfuel benutzt die Cornet Storm Hexer Maschine. Ich verlinke dir auch mal die Seite von, der Quality-Seite von Printfuel. Da kannst du das selber mal durchlesen. Das ist so Industriestandard, also es ist schon sehr, sehr hochwertig einfach. Die Klamotten sind von Bella Canvas oder von Gildan. Also da ist wirklich alles dabei. Die Handyhüllen sind auch super von der Qualität. Sehr, sehr langlebig auch, flexibel. Und schützen ein Handy-Display auch, weil sie einen Ticken höher sind so. Also da ist, ich hatte es meiner Frau auch gegeben, die ist da echt super zufrieden. Auch die Bilder sehen super aus. Sieht fast schon aus wie gemalt. Das liegt aber natürlich am Design. Und hinten ist auch so ein kleines Beutelchen mit einem Aufhänger da dann dran. Und da kann man wirklich nicht meckern. Also da ist echt sehr, sehr, sehr hochwertige Qualität. Ja, und zu guter Letzt noch der Schmuck, der dann reingraviert wird in verschiedenen Silberbeschichtungen und Goldbeschichtungen mit einer kleinen Verpackung dann auch noch dabei. So, das war es hier von dem Video von Printfuel. Ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick über die Firma erhalten. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden damit und werde da noch einige Bestellungen drüber abwickeln. Und ja, wenn du dich auch für Printfuel interessierst oder dem Video findest du einen Link, klick einfach drauf, dann kommst du zu Printfuel und kannst dich dort anmelden und auch Produkte verkaufen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass dem Video doch einen Daumen nach oben am Start. Lass ein Abo sowieso am Start, dann sind wir uns hier garantiert wieder. Jeden Montag gibt es neue Videos. Bis dahin, dein Daniel. Ciao, ciao.